Moins und meine Freunde und herzlich Willkommen zurück bei Lost World. Immer noch im Early Access, seit keine Ahnung wieviel Jahren. Updates oder irgendwie sowas gibt es für das Spiel auch nicht mehr. Aber ich spiele es trotzdem mal so lange wie es geht, wie ich es spielen kann. So, wir haben in der letzten Folge echt Stress mit den Spinnen da unten gehabt in dieser Höhle. Jetzt muss ich mir erstmal noch Speere machen, damit ich, äh, achso, Werkzeug, Waffe, hier, Stock, Fölzerner Speer, Steinerner Speer. Den mache ich. Also, erstmal brauche ich hier den Stock. Nein, 150 Holz. Okay, mal gucken. Momentchen mal, Holz haben wir ja hier. Oh, joi, joi. So, warte mal. Haben wir hier vorne Angefangenes? Ne, okay, den nehmen wir von hier. So, wir nehmen mal das. Dann machen wir uns jetzt mal, übertrieben, oder? Ja, zwei, drei Stück würden vollkommen reichen. So. Haben wir gemacht. Jetzt brauche ich Steine. Lass mich doch hoch. Hoppa. So, Steine, Steine, Steine. Haben wir hier vorne irgendwie was? Ja. 25. Ah, der hilft leider nicht. Gut, dann dieses. Den können wir leider noch nicht machen. Drei. Perfekt. So, das kann dann hier rein. Was bist du denn eigentlich für einer? Steinerner Speer. Ah, okay. Mach mal so. So. Und die lassen wir erstmal hier drinnen. Holz muss wieder weg. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder runter in die Mine. Und legen uns weiter mit diesen 500 Millionen Spinnen an, die da drinnen rumgammeln. Nass. Stell dich mal nicht so an. So. Runter hier. Achso, das ist diese Echse. Okay. Ähm, hab ich meine Fackel noch? Da unten ist dunkel. Ich brauch Fackel. Wo ist die Fackel hin? Hab ich die abgebrannt? Wäre natürlich nicht so gut. Aber gut. Ich mach halt einfach eine neue. Hä? Ja, dankeschön. Was soll denn der Scheiß? So, wie war das mit der Fackel? Wie machte man das? Allgemein? Hier, Fackel. Holz und Textil. Okay. 50 Holz. 20 Textil. 50 Holz haben wir gerade weggepackt. Komm, das nehmen wir mal wieder. So. Und 20 Textil hat er gesagt. Haben wir hier irgendwo? Oh. Warte mal. Machen wir schnell. So. Perfekt. Hier kommt der Rest rein. So. Gut. Fackel. packen wir mal nach vorne. Okay. Habe ich jetzt alles weggepackt? Ja. Gut. Ich habe nur die Speere mit, die wir brauchen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich den hier auch platt kriegen könnte. Was ist das? Sandfisch? Okay. Von mir aus. Gut, gut, gut. Wir latschen jetzt hier runter und gucken mal, wie viele Spinnen wir noch killen müssen hier. Okay. Steinerz. Nee. Das könnt ihr behalten. Das sind unsere zwei Stück, ne? Ja. Okay. Durst? Oh. Okay, ich habe Durst, sagt er. Ähm, ja, toll. Jetzt muss ich erst mal wieder hoch und was zu trinken holen. Äh. Wieder eine Glanzleistung. Warum hast du da nicht gleich drauf geachtet, du Epp? Trinken, essen. Muss immer voll sein, wenn man auf Achse geht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Öffnen. Gut. Was hätten wir? Äh, essen. Essen ist hier drin. So, was essen war? Was machst du? Du machst zehn. Okay. Okay. Wir wollen ausgewogen essen, nicht wahr? Okay. Also. Einmal du. Drei. Okay, das war's schon. Ist das hier. Das ist roh. Habe ich nicht irgendwo auch gemachtes Fleisch? Ja, ne? Oh. Das ist rohes Fleisch. Ich sag nur, rohes Fleisch. Was geht denn hier ab? Moment. Die drei nehme ich noch. Walla. Gut, jetzt ist wahr. Voll drauf. Jetzt kann es losgehen. Dum bi dum bi dum bi dum. Do 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 do. Ich hätte mal hier vorne parken sollen. Na egal. Jetzt gehen wir hier rein und hoffen, dass die Spinnen schon wieder da sind. Okay. Okay, die sind hier despawned. So, ich hatte ja gesagt, ich möchte es diesmal ein bisschen Ding jetzt angehen, ne? Ein bisschen geordneter. Nebenstein. Kannst du behalten. Das ist ein Sack. Hier liegen auch schon wieder Knochen. Okay. Hier ist auch nicht so prall. Uch. Ui. Nein. Was ist denn nun passiert? Au. Au, 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 au. Aua, ich hab mir wehgetan. Autsch. Au, 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 au. Schnell, schnell. Aut. Warte, lass mich mal kurz ins Licht. Sonst seh ich dich nicht. Komm her, du blöde Kuh. Okay, die ist auch hinüber jetzt. Ah, scheiße, ein zu viel. Okay. Hier war ich schon, das weiß ich. Ja, hier war ich schon. Okay, nun ist es wieder vorbei mit dem geordneten Tier rum. Das war es schon wieder. Oh. 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 Wo ist denn das Viech? Oh Mann. Okay, mit den Viechern kann man aber auch nichts anfangen, ne? So. Irgendwo ist hier noch eine Spinne. Okay, hier geht es wieder nach unten. Da wollen wir ja nicht hin. Hier sind wir gerade hergekommen. Hier hinten krabbelt noch eine rum, ne? Oder? Nein. Aber hier war ich auch schon. Okay, hier waren wir schon. Definitiv. Eisenerz. Sehr gut. Hä? Hallo? Hä? Hä? Hallo? Ah ja. Geht nur an einer bestimmten Stelle. Ganz toll. Okay. Genau. Das Ding brauchen wir wieder. So, hier ist nichts los. Ach so. Kann es wieder aufstehen. Okay. Hier geht nichts mehr lang. Was haben wir hier? Oh, Eisenerz. Sehr schön. Oh. Die ist auch bald wieder kaputt. Okay. So, hier geht ja nichts mehr lang. Steinerz. Schenke ich euch. Könnt ihr behalten. Okay. Verbrennen kann man den Kram nicht. Geht es nicht lang. Eisenerz. Irgendwo noch eine Spinne, oder was? Oh Gott. Geh bitte nicht so schnell kaputt. Bitte nicht. Oh. Okay. Das haben wir wenigstens noch hinbekommen. So. Hier kommen wir gerade her. Von da unten. Nicht wahr? So, hier waren wir schon. Das heißt, es gibt hier auf jeden Fall einen Weg zurück. Den gibt es. Das weiß ich. Warte, 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 warte. Lass mich mal kurz zum... Licht. Wo kommt die denn auf einmal her? Ich kam doch vorhin von da unten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eins, zwei. Okay, Gott sei Dank. So, Licht. Wie geht es nach oben? Hier war ich schon, ne? Hier war ich auch überall schon. Genau, hier fällt man wieder runter. Da wollen wir nicht mehr hin. Da waren wir. So. Nun gucken wir mal. Ah, oh, die lebt ja noch. Mach, noch eine. Nein, die schlug wieder da runterfallen. Diese widerlichen Viecher, haben die mich jetzt erschrocken? Was? Nein. Wo geht es nach Hause? Warte, 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 warte. Oh, hier geht es raus. Kommen die Viecher nach? Ui. Boah, lecko mio. Ist es denn die Possibility hier? Fackel ist auch schon wieder bald kaputt. Gut, dann. Werde ich jetzt die Fackel wegräumen? Äh, die Fackel wegräumen. Äh, äh. Ähm. Mal. Das hier wegräumen? Wo habe ich das denn hingepackt? Oben, ne? Genau, da hinten. So ist es. Hier. Eins, zwei. Und hier kommt das rein. So. Okay, äh, Speere haben wir. Noch eine Fackel, bitte. Minimum eine Fackel. Ah, da ist nichts drinne. So. Äh. Und. Warte, wie macht man die? Habe ich die hier auch drinne? Nein. Waffe. Werkzeug. Diese hier. Äh, was ist das eigentlich? Steinschaufel. Einschließgeräte für Ton, Sand und Erdabsaugung? Ja, wisst ihr was? Das mache ich auch mal, weil das hier ist mit Metall. Das kann ich noch nicht. Holz, Stein, Seil. Hier ist auch Stein. Stein. Ganz viel Stein. Und Seil brauchen. Okay, was wollte ich machen? Genau. Hm. Seil. Das können wir hier oben herstellen. Hm. Hey. Dafür brauche ich doch diese Dinger da unten, ne? Genau. Die Dinger brauchen wir dafür. Gut. Also. Seil. Einmal 10 und einmal 5. 10, 5. Die Axt ist voll. Achso, können wir ja auch hier. Oh, warte. 15. Genau. So. So ist doch toll. Das Ding wollen wir. Und das Ding wollen wir. So. Und hiervon hätte ich auch gerne noch welche. Wie viel können wir machen? Sehr schön. Gut. Hm. So, Steine wieder weg und Holz weg. Holz weg. Und Steinchen wieder weg. Hey. Erstmal da ran. Sonst wird das nix. Hä? Wo habe ich denn? Aus der ersten direkt? Okay. Höre von mir aus. So. So, so und so. Okay. Du kannst erst mal wieder hier runter. Dann aber da oben noch ein bisschen Platz. Halt. soll ich mal gucken, ob man hier mit der Schaufel irgendwas schaufeln kann? Den Becher mal beiseite. So, kann ich mit der Schaufel hier irgendwas schaufeln? Mann, hier passiert nix. Okay. Also Schaufel weg. Hoppala. Schnell raus aus dem Wasser. Das sind diese Psychofische. So. Erstmal die Schaufel hier rein. Gut. So, meine Freunde. Aber bevor wir uns gleich in den nächsten... Ach hier. Das wollte ich doch noch machen. Dafür habe ich doch den ganzen Kram hier gesammelt. Also, bevor wir uns gleich in den nächsten... ins nächste Abenteuer stürzen, beende ich diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. So, machen wir erstmal eine. Das müsste reichen. So, du weg. Du dahin. Und du dahin. So. Jetzt habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit, meine Freunde. Ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und ich freue mich schon darauf, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Dann gehen wir noch einmal runter. Schauen uns nochmal ein bisschen um. Ich denke nicht, dass ich wirklich viel mehr finden werde, als ich jetzt schon gefunden habe. Ähm. Ja, ich werde jetzt in der Zwischenzeit... werde ich mal so ein paar Bäume abholzen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also. Bis dahin. Ciao. Ciao.